Ich bin immer der Erste und du bist immer der Zweite, mein lieber Zweier. Diese Reihenfolge darf nicht durcheinander gebracht werden. Natürlich, diese Reihenfolge müssen wir natürlich... Einhalten müssen wir diese Reihenfolge, natürlich. Natürlich, ja. Muss alles sein in Ordnung. Ja, Ordnung muss sein. Wären wir Vögel, würde die Reihenfolge der Zahnkopf stehen. Und mein lieber Zweier könnte mich als Erster mein Lieber nennen. Warum ändert sich unsere Reihenfolge nun? Wir sind doch auch zu zweit. Warum kann ich nicht mal der Erste, du der Zweite? Weil wir keine Beine sind. Keine Hände, Arme, Ohren. Gemeinsam mit euch bis drei, würde ich gerne zählen. Richtig. Aber wir sind schon zu zweit. Um auf drei zu zählen, müsst ihr aber zu dritt. Müssen wir dafür sein. Nein! Doch! Ihr wollt mich nicht mitzählen lassen. Richtig. Richtig. In der Reihenfolge der Zahn pfeift der Dritte, pfeift darauf jetzt als Zweiter. Nein! Richtig. 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 Richtig.